In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach deinen Freistellungsauftrag auf Trade Republic einrichten kannst. Und um dir das besser zu veranschaulichen, springen wir direkt mal rein in mein Portfolio bei Trade Republic. Um jetzt auf den Freistellungsauftrag zu kommen, müssen wir erstmal unten rechts auf unser Profil klicken. Hier angekommen, klicken wir dann nochmal oben rechts in die Ecke auf dieses Zahnrad, um dann auf unsere Einstellungen zu gelangen. Wenn wir nun also auf dieser Seite weiter runter scrollen, kommen wir irgendwann zu dem Punkt Steuerdaten. Und hier sehen wir dann auch schon den Punkt Freistellungsauftrag, wo wir drauf klicken, um dann unseren persönlichen Freistellungsauftrag einzurichten. Hier müssen wir dann also unseren Betrag eingeben, den wir als Freistellungsauftrag haben möchten. Wie man hier sehen kann, habe ich schon 625 Euro als Freistellungsauftrag bei Trade Republic angegeben. Und darunter sieht man dann auch nochmal eine kleine Zusammenfassung und zwar habe ich schon 209 Euro dieses Jahr von dem Freistellungsauftrag genutzt. Darunter sehen wir nochmal ein Blau, dass wir diesen Auftrag auch ändern können. Ich belasse ihn jetzt allerdings erstmal bei 625 Euro. Und wenn du wissen möchtest, was es mit dem Freistellungsauftrag auf sich hat, dann schau dir gerne mal das Video hier oben an, was ich dir verlinke. Trade Republic Steuern heißt das, wenn du das suchen möchtest. Da habe ich dir nämlich auch alles erklärt, alles was mit Steuern auf Trade Republic irgendwie im Zusammenhang steht. Und wenn du selber noch kein Depot bei Trade Republic hast, dann schau sehr, sehr gerne mal in meine Videobeschreibung. Klick dort auf den Link. Und wenn du dich dann bei Trade Republic anmelden würdest, würdest du mich sehr unterstützen, selber allerdings keinen Cent mehr bezahlen.